Hallo ihr Lieben, willkommen zurück in meiner Küche und schön, dass ihr wieder bei einem neuen Video von mir dabei seid. Heute machen wir zusammen mit dem Thermomix leckere Waffeln. Wenn ihr wissen wollt, wie das Rezept geht, dann bleibt jetzt dran. Viel Spaß beim Zuschauen. Für den Waffelteig benötigen wir folgende Zutaten. Butter, Eier, Zucker, eine Prise Salz, Milch, Mehl und Backpulver. Als erstes geben wir die Butter in den Mixtopf. Wir lassen diese etwas anschmelzen für zweieinhalb Minuten bei 60 Grad auf der Stufe 1. Dann dürfen auch schon alle restlichen Zutaten in den Mixtopf dazu. Das verrühren wir jetzt für 20 Sekunden auf der Stufe 4. So sieht der Teig nun aus und den lassen wir jetzt für 15 bis 20 Minuten quellen, bevor es weitergeht. Der Teig hat nun für 20 Minuten geruht. Das Waffeleisen habe ich in der Zwischenzeit aufgeheizt und nun können wir den Teig zu Waffeln ausbacken. Und hier seht ihr zum Abschluss nochmal den fertigen Berg mit den Waffeln. Ich habe aus der Teigmenge 14 Stück rausbekommen und bei uns wären die am liebsten mit Puderzucker gegessen, deshalb gebe ich den jetzt noch drüber. Und fertig sind unsere selbstgemachten Waffeln. Wenn ihr nun Lust bekommen habt, die Waffeln mal selbst nachzumachen, dann schaut mir mal unter dem Video in die Infobox, dort findet ihr das Rezept. Blickt gerne auf den Daumen nach oben, wenn euch mein Video gefallen hat und dann freue ich mich schon auf das nächste Mal zusammen mit euch in meiner Küche. Bis bald, eure Wanni. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald.